Für euren krassen Support gibt es ein GWW. Es werden zwei Eliche LaCup-Tickets verlost. Ihr müsst dafür Abonnent des Kanals sein und einen Kommentar unter den Videos ab heute hinterlassen. Es zählen Videos von 18. August bis zum 31. August. Der Gewinne wird am 31. August bekannt gegeben. Er versucht immer so, sich voll gut zu artikulieren. Dann würde man dir Glauben schenken. Das ist ganz komisch. Guck mal jetzt. Ich bin meiner Arbeit nach und dafür bin ich verrächtigt. Hallo. Ja. Wo bist du? Ähm, Turmstraße. Okay, ja, gut. Ich meine, hör dich im Stream. Wann bist du hier? 15, 20. Okay. Ich schreib dir nochmal genau an. Okay, 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 okay. Okay, ich schreib dir. Mit wem bist du? Mit dem Ordnungsamt. Ich wurde gerade rausgezogen. Scheiß auf dich. Tschau. Tschüss. Meisse, wirklich. Bitte schön. Danke schon für die Einzigerung. Ja, bitte schön. Ähm, Haki fährt mich. Haki fährt mich. Er wohnt nur fünf Minuten von da. Ist egal. Dann kläre ich mein Problem hier mit dir. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Aber welche Strafe kriege ich denn? Das frage ich dir. Sag dir, dass du das Gesetz bist. Sag dir, du musst das Gesetz. Den missträuchtlichen Nutzen der Hupe. Okay. Da bin ich nicht wahnsinnig, welchen Tag das Gesetz ist. Das ist so. Geht immer nachtlich. Ich mache es dein Geld. Hm? Tschau mal mal nach. Gemeinsam. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ja, ich bin toll. Ja, wir treffen uns bei Musti einfach, wenn du willst. Du bist ja auch eh dabei. Hallo? Ja. Wir treffen uns dann bei Musti. Oder wenn du willst, kannst du mich auch abholen. Aber Haki wohnt halt da. Wie du willst. Na, machen wir mal so. Alles gut. Was jetzt? Ja, ist mir egal. Dann sehen wir uns dort. Okay, gut. Ciao. Ja, ciao. Ah, ja, das ist das Gesetz.